Während des Schlafens eine Fremdsprache lernen, eine Sportart trainieren oder sogar großartige Erfindungen ausdüfteln – genau an diesem spektakulären Ziel arbeiten Forschungsteams weltweit. Der US-Wissenschaftler Adam Horowitz hat eine Art Traummaschine kreiert, mit der er sich in menschliche Träume einhacken kann. Damit ist es ihm tatsächlich bereits gelungen, Menschen kreativer zu machen. Clixoom Science & Future gibt's dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Herzlich Willkommen! Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Technology Review entstanden, dem Technologiemagazin des MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Am Ende gibt es ein Exemplar für euch kostenlos. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Das ist wirklich verrückt. Manche der besten Songs sind im Schlaf entstanden. Yesterday von den Beatles, Satisfaction von den Träumen. Im Traum sind wir besonders kreativ und das will sich ein Forscher jetzt zunutze machen. Auf der einen Seite ist es ein ziemlich gruseliges Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass Träume gezielt manipuliert werden könnten, dass sich fremde Menschen oder Firmen in unsere Träume hacken können. Auf der anderen Seite hätte es enorme Vorteile. Fachleute weltweit träumen davon, Schlafphasen und Träume zu manipulieren, um uns dadurch nicht nur besser schlafen lassen, sondern auch nachhaltigeres Lernen und mehr Kreativität uns zu verschaffen. Ganz vorne mit dabei ist der US-Wissenschaftler Adam Horwitz vom MIT Media Lab, der die Menschen im Schlaf kreativ werden lassen will. Mit der Hilfe eines Messgeräts dringt er tief in den Schlaf seiner Probandinnen und Probanden ein. Hierfür reicht übrigens auch schon ein kurzer Mittagsschlaf. Anders als bei vielen anderen Traumforscherinnen und Forschern sind seine Experimente und Messmethoden weder besonders aufwendig noch teuer. Man kann es kaum glauben, aber sein Messgerät besteht nur aus drei Fingerringen und einem elektronischen Armband, das seine Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer während des Schlafens tragen müssen. Dazu Adam Horwitz. Wir können Ihnen einen Teil Ihres Kopfes zeigen, den Sie noch nie gesehen haben. Vor den Versuchen werden die Probandinnen und Probanden also verkabelt. Das Armband misst Änderungen im Muskeltonus, der Hautleitfähigkeit und der Herzfrequenz. Mit Kabeln und über Bluetooth sind diese Sensoren mit einem Smartphone, genauer mit einer App verbunden. In der Vergangenheit standen vor allem zwei Schlafphasen im Fokus der Forschung. Der sogenannte REM-Schlaf und der Tiefschlaf. Die Abkürzung REM steht für Rapid Eye Movements, also für schnelle Augenbewegungen. Beim Tiefschlaf messen die Forschenden längere, langsame Gehirnwellen. Beide Phasen haben eine Sache gemeinsam, denn sowohl im Tiefschlaf als auch im REM-Schlaf treten Träume auf. Doch inhaltlich unterscheiden sich diese, wie man mittlerweile weiß. Im REM-Schlaf sind die Träume eher geschichtenartig. Im Tiefschlaf sind diese wie Gedanken. Doch der MIT-Wissenschaftler hat eine ganz andere Phase im Visier, und zwar die Phase des Einschlafens, also den Übergang zwischen Wachen und Träumen. Er ist davon überzeugt, dass diese Phase als eine Art Einfallstor genutzt werden kann, um sich in Träume zu hacken, diese zu beeinflussen oder sogar zu manipulieren. Konkret geht es ihm vor allem um das sogenannte Hori-Stadium. Er selbst bezeichnet es als einen, Zitat, halbklaren Schlafzustand, in dem wir zu träumen beginnen. Der Wissenschaftler ist davon überzeugt, dass das menschliche Gehirn in dieser Übergangsphase ganz besonders frei assoziiert. Bereits vor 24 Jahren, 1996, hatte ein japanischer Wissenschaftler eine neunstufige Skala zu dem Prozess des Einschlafens entwickelt. In der Fachsprache ist vom sogenannten Hori-Nine-Stage die Sprache, benannt also nach dem Forscher selbst Tadao Hori. Mithilfe von EEG-Messungen konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese neun Stadien unterscheiden. Das dritte Stadium bezeichnet die Stufe, bei dem unsere Gedanken in Träume übergehen. Dieses fiese Zucken im Körper, wer kennt das nicht, wenn man beim Einschlafen nochmal aufwacht und sich dann über die wirren Bilder im eigenen Kopf wundert, also weil man gerade geträumt hat, irgendwas explodiert oder man ist gegen eine Wand gelaufen. Horowitz bezeichnet diesen Zustand als semi-lucid hypnagogic cognition. Das Gehirn befindet sich also zwischen Wachheit und dem luziden Träumen. Das wird manchmal ja auch als Klartraum bezeichnet und meint ein Traum, bei dem sich die träumende Person darüber bewusst ist, dass sie träumt. Und genau hier setzte der MIT-Wissenschaftler an und das ziemlich erfolgreich, denn mit seinen ersten Experimenten der Trauminkubation hat er verblüffende Ergebnisse erzielt. Seine Traummaschine mit dem Namen Dormio funktioniert folgendermaßen. Das Armband am Handgelenk der Probandinnen und Probanden erkennt, wann diese dabei sind, einzuschlafen. Genau dann wird eine Audio-Message abgespielt, die die Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Experiment selbst ausgewählt und aufgenommen haben. Ein Beispiel dafür, du bist dabei einzuschlafen, denke an eine Gabel. Die App weiß zudem auch, wann die Person eingeschlafen ist und spricht sie dann an. Das können beispielsweise fünf Minuten sein. Dann fragt die App, was denkst du? Und auch die Antwort der beteiligten Personen wird aufgezeichnet. Die App lässt aber nicht locker und fragt immer weiter, erzähl mir mehr. Oder schläfst du oder bist du wach? Dieser Zyklus wird wiederholt etwa 45 Minuten lang. Eine schreckliche Vorstellung für alle, die das einmalige Snoozen ihres Weckers schon kaum ertragen können. Dazu der US-Wissenschaftler Adam Horwitz. Obwohl dieses ständige Aufwachen sich sehr anstrengend anhört, beschreiben die Versuchsteilnehmer die Erfahrung als positiv und entspannt. Und zudem war diese Traumintervention von Erfolg gekrönt. Denn alle sechs Probanden haben tatsächlich von Gabeln geträumt und sich mit der Stimme aus der App unterhalten. Der Forscher Adam Horwitz ist begeistert davon. Bisher hat man EEG-Geräte gebraucht, um das Schlafstadium zu bestimmen. Jetzt genügt ein Armband, das jeder auch zu Hause anwenden kann. Und das ist wirklich ein Meilenstein für die Traumforschung. Denn es ist noch nicht lange her, da waren Schlafforscherinnen und Schlafforscher nicht nur auf viele tausend Euro teure Geräte angewiesen, sondern auch auf Menschen, die bereit waren, eine gesamte Nacht im Schlaflabor zu verbringen. Somit könnte der Traumforschung also in naher Zukunft ein enormer Aufschwung bevorstehen. Im Übrigen ein Forschungsfeld, das sich in der Vergangenheit als eher undankbar erwiesen hat. Denn zum einen wird die Traumforschung immer noch eng mit Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, verknüpft. Seinen Theorien zufolge handelt es sich bei Träumen um verschlüsselte Botschaften des Unterbewusstseins. Was die Traumforschung und ihren Ruf zudem erschwert, sie gilt als wenig exakte Wissenschaft. Denn klar ist, Träume sind schwer zu messen, Menschen erinnern sich oft nicht besonders exakt an ihre Träume und außerdem ist es notwendig, die Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer aus ihren Träumen zu wecken. Das alles kann das Ergebnis eines Experiments beeinflussen. Und trotz seiner innovativen Herangehensweise hat auch Adam Horowitz mit diesen Herausforderungen zu kämpfen. Lassen sich die neuen Horry-Stages des Einschlafens also wirklich so exakt bestimmen, wie er es behauptet? Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezweifeln genau das, so auch der Mannheimer Schlafforscher Michael Schredel. Dieser hält es zwar für gut möglich, dass sich mithilfe von Daten wie der Herzratenvariabilität und der Hautleitfähigkeit bestimmen lässt, in welcher Schlafphase sich jemand befindet. Hiermit meint Michael Schredel die Einschlafphase, den Leichtschlaf, den Tiefschlaf oder den REM-Schlaf. Doch die insgesamt neun Horry-Stages sind seiner Ansicht nach nicht so einfach zu bestimmen. Er sieht eine weitere Schwierigkeit und zwar ist es seiner Meinung nach, Zitat, unklar, ob die Probanden schon schlafen oder noch was sind. Möglicherweise wachen die Personen ja auch kurz auf, wenn die Stimme aus der App mit ihnen spricht. Dennoch ist auch der deutsche Wissenschaftler Michael Schredel sicher, dass die Traumforschung in der Zukunft spektakuläre Erkenntnisse mit sich bringen wird. Denn erst seit kurzer Zeit setzt sich die Erkenntnis durch, dass das Gehirn im Schlaf weiter arbeitet. Kognitive Prozesse während des Schlafens könnten also mithilfe der Forschung genutzt werden. Sprich, es scheint demnach nicht unrealistisch, dass unsere Träume demnächst so beeinflusst werden könnten, dass dadurch unser Wissen wächst, bestimmte Fähigkeiten trainiert werden oder aber unser Wohlbefinden gesteigert wird. Adam Horowitz ist jedenfalls ganz vorne bei diesem Dreamhacking dabei. Bei einem Experiment ließ er seine Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer von Bäumen träumen. Dabei wurde wieder dieselbe Methode angewandt wie auch beim Gabelversuch. Danach sollten die Personen nicht nur einen Kreativitätstest machen, sondern auch eine kreative Geschichte schreiben. Von 67 träumenden Menschen schrieben 45 eine Geschichte, die direkt mit Bäumen zu tun hatte. Zudem waren die Geschichten auch kreativer als die der Kontrollgruppe, die nur im wachen Zustand an Bäume gedacht hatte. Als Messlatte für Kreativität wandte Horowitz die computerbasierte Methode mit der Bezeichnung reverential cohesion an. Diese misst, wie stark sich Begriffe und Konzepte in einem Text auch über einzelne Sätze hinweg aufeinander beziehen. Diese Größe wird als Maß für die Kreativität eines Textes verwendet. Das Ergebnis hat möglicherweise mit dem REM-Schlaf zu tun, denn dieser ist wahrscheinlich bedeutend für kreative Aufgaben. Charakteristisch für dieses Schlafstadium ist, dass die Verbindung zwischen dem Hippocampus und Cortex getrennt ist. Dabei ist der Hippocampus für das Lernen und das Gedächtnis zuständig. Somit werden Gedächtnisinhalte deutlich wilder kombiniert, wenn die Kontrolle des Hippocampus im REM-Schlaf nachlässt. So entstehen also eher absurde oder verrückte Ideen, da ja die vernünftige Instanz blockiert ist. Andere Hirn- und Traumforscherinnen und Forscher setzen auf die Tiefschlafphase. Die schweizerische Wissenschaftlerin Katharina Henke hat den Nachmittagsschlaf von rund 40 Freiwilligen genutzt, um diesen 48 Wortpaare vorzuspielen. Dabei waren jeweils immer ein reales sowie ein Fantasiewort, beispielsweise Toferhaus oder Arühlkorken. Insgesamt viermal wurden diese Wortpaare in der Tiefschlafphase vorgespielt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich zwar nach dem Aufwachen nicht mehr aktiv an die Fantasieworte erinnern, dennoch wurden sie gefragt, ob ein Tofer in einen Schuhkarton passt, konnten sie das besser einschätzen als die Kontrollgruppe. Ja, das ist schon extrem verrückt. Das Interesse an dieser Art von Traumforschung ist groß. Adam Horowitz selbst hat beispielsweise ein Angebot von einem US-Getränkehersteller bekommen. Dieser hatte sich wohl erhofft, von der Traumforschung zu profitieren. Konkret wollte er die Menschen da draußen von seinen Produkten träumen lassen. Spooky. Das fand auch Adam Horowitz und hat das Angebot abgelehnt. Er möchte mit seinen Erkenntnissen Gutes bewirken. Wenn du Menschen beispielsweise gute Träume gibst und sie wachen glücklich auf, wieso sollte man das nicht tun? Mangelware bisher ist allerdings die finanzielle Förderung für solche Forschung. Denn, wie gesagt, die Traumforschung hat ein schlechtes Image. Horowitz selbst verwendet in seinen Förderanträgen deswegen auch nicht den Begriff Träume, sondern Nachtgedanken. In Zusammenarbeit mit der Redaktion von Technology Review ist dieses Video entstanden und exklusiv für Klicks und Zuschauer gibt es jetzt eine Ausgabe gratis. Klickt dafür einfach auf diesen Link hier oder da, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir ihn hingepackt haben, oder unten in die Videobeschreibung. Es lohnt sich. Technology Review ist mega interessant. Und hier geht es zu einem weiteren Video, das wir mit der Redaktion gemacht haben. Ewiges Leben möglich. Klickt drauf, wenn es euch interessiert. Und ansonsten, bis dann. Bleibt dran.